Ein deutsches Mädchen Hachiko Es war einmal im Jahr 1923, mitten im kalten November, da wurde in Japan ein einfaches Geschöpf geboren, das aber ein großartiges Vermächtnis hinterlassen sollte. Auf einem kleinen Bauernhof in Odate, da machte Akita, ein lebhafter kleiner Welpe der bekannten Akita-Rasse, zusammen mit seinen Geschwistern gerade seine ersten unsicheren Schritte. Oh, niedlich, Ananta. Wir müssen ein gutes Zuhause für ihn finden. Nun, ich weiß, dass Masse es an einen jemanden ganz besonders schenken möchte. Will ich! Es geht um meinen ehemaligen Lehrer und der liebt Hunde. Ich weiß, dass er immer schon einen Akita-Hund haben wollte. Wie schön! Aber wann willst du ihm den geben? Oh, nach neuer wäre gut. Wunderbar! Und wie heißt der? Sein Name ist Professor Hidesaburo Ueno. Ueno-san war ein bekannter Professor für Landwirtschaft an der Kaiserlichen Universität von Tokio und ein großer Liebhaber von Hunden. Jeko, Masse hat mir einen Akita-Wilpen geschenkt. Noch ein Hund? Oh, nur du und Shizuko werden sich darüber freuen. Und so schickte Masse am Ende des Winters den kleinen Welpen in einem Expresszug auf sein Abenteuer nach Shibuya. Dort holten ihr Ueno-sans Helfer Okatakun und Keko, der Gärtner, ab. Nun, kleiner Kerl, Ueno-san wird dich so freuen, dich zu sehen. Ueno-san, der Welpe ist hier! Oh, lasst ihn runter! Vorsichtig! Vorsichtig! Er, er scheint sich unwohl zu fühlen. Ueno-san, bring etwas Milch mit! Hi! Oh, das arme Ding! Die Zugfahrt muss hart gewesen sein. Oyoshi brachte die Milch und Ueno fütterte sanft den kleinen Welpen. Der setzte sich hungrig auf und leckte langsam, aber entschlossen die warme Milch. Los geht's! Guter Junge! Ah, Gott sei Dank! Und wie sollen wir ihn jetzt nennen? Ein Name? Ja, aber was auch? Hachi! Die Nummer 8 ist eine glücksbringende Zahl, nicht wahr? Hachi? Yeko, das ist ein schöner Name! Hachi! Uff! Und so begann Hachi glücklich sein neues Leben in der Ueno-Familie. Ueno-san war immer in der Nähe von Hachiko und spielte mit ihm. Wuff! 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 Runter, Hachi! Fütterte ihn und badete sogar in ihm. Los geht's, Hachi! Will er denn die Wanne mit Fell verstopfen? Er kümmert sich mehr um diesen Hund als um uns! Wuff! Wuff! Als Hachiko groß genug wurde, begann er Professor Ueno zum Shibuya Bahnhof zu begleiten. Jetzt, Hachi, geh wieder nach Hause! Du kennst doch den Weg, oder? Wuff! Ueno-san nahm den Zug zu seinem Arbeitsplatz und Hachiko kehrte nach Hause zurück. Aber am Abend, als er aus seinem Zug ausstieg, war Ueno-san erstaunt, Hachiko am Bahnhof zu finden, der ihn dort begrüßte. Hachi, wie hast du... warst du den ganzen Tag hier? Ueno kehrte nach Hause zurück und erzählte der überraschten Jachiko alles, was passiert war. Seltsam! Ich habe ihn bis vor ungefähr einer Stunde gesehen. Dann ist er losgelaufen, um mich am Bahnhof zu begrüßen? Hm? Nein! Wie hat er das gemacht? Hahaha! Es ist, als wüsste er, wie man die Uhr liest. Du weißt, dass man sagt, dass Akita-Hunde hochintelligent sind. Sie können nicht nur Emotionen fühlen, sie haben auch einen sechsten Sinn. Und spüren vorab, ob ein großes Unglück bevorsteht. Das wusste ich alles nicht, aber mein Hachi ist ganz bestimmt sehr intelligent. Richtig, guter Junge? Uff! Uff! Akita-Hunde sind in der Tat eine intelligente Rasse. Und das stimmt ganz offensichtlich auch für Hachiko, der Ueno-san weiterhin jeden Morgen zum Bahnhof begleitete. Und wenn der Abend kam, verließ er das Haus kurz vor der Ankunft des Zuges seines Herrchens. Hachi, komm her, du kleiner Engel! Uff! Uff! So ein entzückender Hund! Oh, er ist der Beste! Ob bei starkem Gewitterregen oder im glitzernden Schnee, nie setzt er auch nur einen Tag aus. Schau dir den Hund an. Es ist eiskalt, aber er wartet dort. Solche Treue ist selten. Und außerdem, solche Treue muss belohnt werden. Inu-chan, her, iss doch etwas Warmes. Es wird dir gut tun. Auf diese Weise zog Hachiko die Augen vieler Passanten auf sich und seine steuische, unnachgiebige Treue ging jedem von ihnen zu Herzen. So gingen die Dinge eines ganzen Jahres lang ihren friedlichen Gang. Bis zu einem schicksalhaften Tag. Nun, auf Wiedersehen, Hachi! Was ist los, Junge? Hachiko jammerte und jammerte weiter. Aber Ueno-san konnte das Problem einfach nicht verstehen. Yes, ist's mal gut, Junge. Du weißt, ich werde zu dir zurückkommen, nicht wahr? Die Lok pfiff und ein verwirrender Ueno streichelte Hachiko und ging. Wie seltsam. Er hat sich noch nie so benommen. Wenn ich zurückkomme, werde ich ihn fest umarmen und ganz viel streicheln. Aber das Schicksal hatte an dem Tag etwas anderes vor. Das war's. Noch Fragen? Sensei, wird auch das Teil der Prüfung sein? Hi, aber ich kann euch versichern, dass die Prüfung schwieriger wird. Oh! Zu Hause machte Hachiko vor Aufregung viel Lärm. Hachi! Was ist los, Junge? Hachi! Vielleicht ist er hungrig. Aber Hachiko war beunruhigt und man sagt, dass der Hund zu dieser Zeit den Schmerz spüren konnte, der kommen würde. Sensei, was bedeutet dieser Abschnitt? Welcher Abschnitt? Oh, das ist einfach. Du musst einfach nur... Oh, 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 Sensei, Sensei! Die Studenten eilten entsetzt zu ihm und der Arzt wurde gerufen. Aber es war zu spät. Ueno-san hatte einen schlimmen Herzinfarkt erlitten und schon bald erreichten die schlechten Nachrichten sein Haus. An diesem Abend, als bittere Tränen in Ueno-sans Haus vergossen wurden, wartete Hachiko geduldig an der Chebues Station. Diesmal jedoch auf sein Herrchen, das niemals zurückkehren würde. Die Beerdigung wurde abgehalten und die Formalitäten erledigt, aber Hachiko hörte nie auf, auf sein Herrchen am Bahnhof zu warten. Bald wurde Yalkos finanzielle Situation schwierig und sie beschloss, das Haus zu verkaufen und woanders zu leben und Hachiko an einem Verwandten in Asakusa weiterzugeben. Auf Wiedersehen, Hachiko. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Hachiko sah traurig zu, wie sein Frauchen wegging. Aber er hatte dem Professor die Treue geschworen. Und als die Nacht kam und die Welt still war, verließ er das Haus und ging den ganzen Weg entlang der dunklen Straße über die Holzbrücken zurück zu seinem Haus. Hachiko, der dort war, war verwundert über das Auftauchen des Hundes. Hachiko, was machst du? Uff, uff, uff! Bist du wegen deines Herrchens zurückgekommen? Oh, du armes Tier! Hachiko sah Hachiko traurig an, aber er wusste nicht, was er sagen sollte. Hachiko, dein Herrchen ist nicht mehr hier. Warum kommst du nicht mit mir mit? Von diesem Tag an blieb Hachiko beim Gärtner, ging aber jeden Tag zum Bahnhof. Er wartete mit ganz erstaunlicher Treue und hoffte immer, dass Ueno-San zu ihm zurückkehren würde. Passagiere und Bahnhofsangestellte sahen ihn jeden Tag draußen warten. Ist das nicht Ueno-Sans Hund? Er ist, oh, so eine Treue! Armer Hund, wartet immer noch auf sein Herrchen. Wir sollten der Welt von ihm erzählen. Diese Treue muss dem Menschen bekannt gemacht werden. Vielleicht können wir ein oder zwei Dinge von dem Hund lernen. Hachiko wartete und wartete, aber als Ueno nicht kam, trottete er müde durch die Orte, die er früher kannte und liebte. Hachi! Schon bald verbreitete sich die Geschichte von Hachikos unerschütterlicher Treue weit und breit. Hiroki Chisaito, ein Experte für die Hunderasse der Akita-Inu, sandte einen Reporter eines lokalen Medium-Unternehmens, um Hachiko zu folgen. Wohin läuft dieser Hund? Willkommen zurück, Hachiko. Sumimasen, ich bin ein Reporter der Zeitung Asahi Shimbum. Ist das Ihr Hund? Oh, nein, ist er nicht. Kiko erzählte dem Reporter alles über Hachiko und seine Loyalität gegenüber Ueno-san. Als der Reporter die Geschichte hörte, war er erstaunt über die Treue des Hundes. Sugui, was für ein erstaunlicher Fall. Ich muss das sofort veröffentlichen. Ich muss der Welt von ihm erzählen. Und so wurden viele Artikel über den Hund veröffentlicht, der auf die Rückkehr seines toten Herrchens vor einem Bahnhof wartete. Die Welt las es und bald wurde Hachiko nur noch mit Mitgefühl begegnet. Seine unsterbliche Loyalität rührte die Leute zu Tränen und so wurde die Silbe Ko an seinen Namen gehängt. Im Japanischen drückt diese Nachselbe Mitgefühl und Respekt aus. Und so wurde er nur noch Hachiko genannt. Hier, Hachiko. Du wirst noch berühmt, weißt du? Oh, oh. Eine schöne Bronzestatur wurde geschaffen, um seine Treue an der Shibuya-Station zu gedenken. Aber Hachiko kümmerte sich nie um solche Dinge. Der einzige Gedanke, den er hatte, war der an sein geliebtes Herrchen. Acht Jahre vergingen und inzwischen wusste jeder in Japan von dem erstaunlichen Hund namens Hachiko und seine Loyalität gegenüber seinem Herrchen. Immer mehr Menschen wollten Hachiko, den berühmten Akita-Hund und seine Treue, sehen. Sie baten ihm Futter an und machten Fotos von ihm. Aber Hachiko sah still da, fraß nichts und bewegte sich nicht von seinem Platz. Zehn Jahre vergingen und Hachiko, jetzt alt und müde, stapfte mühsam und dieselben Wege, die er in seiner Jugend leicht gegangen war. Ich habe Hachi heute nicht gesehen. Hast du? Nein, seltsam, oder? Als die Lokpfiff und die Schaffner gingen, tauchte Hachiko in einem starken Schneetreiben auf. Er stapfte in der schlimmen Kälte zu seinem Platz, setzte sich dorthin und schaute zum Bahnhof. In diesem Moment leuchteten Hachikos müde alten Augen auf. Sein Herrchen Ueno kam aus der Station und winkte ihm zu. Hachi! Guter Junge! Ein warmes Licht fiel auf Hachikos Gesicht, als er sein Herrchen ansah. Sein Schwanz wedelte ganz langsam. Ueno ging auf ihn zu und kniete nieder. Uff! 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 Hachi! Ich bin endlich gekommen, um dich mitzunehmen. Mein treuer Hachi! Und so verließ Hachiko an diesem Tag die Welt für immer und hinterließ ein erstaunliches Vermächtnis, von dem wir alle lernen können. Die Geschichte seiner Treue verbreitete sich am Ende des Winters wie eine Flamme, die unterschiedslos aller Herzen auf der ganzen Welt berührte. In Japan gilt Hachiko als ein Musterbeispiel für Treue und Liebe zur eigenen Familie. Aber auf der ganzen Welt lebt seine Geschichte bis heute in unseren Herzen und lehrt uns, dass es immer der richtige Weg im Leben ist, unsere Lieben treu zu bleiben. In Japan gilt Hachiko als ein Musterbeispiel für Treue und Liebe.